hallo leute da sind wir mal wieder zu einer weiteren runde der weiteren runde league of lessons heute mit dem spezial morus nexus belagerung und auch dabei ich natürlich wer sonst ansonsten würden wir ja gar nicht aufnehmen wenn ich nicht dabei wäre und hierher bin der genau heil leute als mein sidekick ohne den show geht ja wirklich gar nichts ja das display einfach nee das geht nicht richtig richtig und genau deswegen muss sich der show ein neues headset kaufen verdammt zwei dreimal aufgefallen dass ich relativ leise manchmal bin in den ganz insgesamt schon in den aufnahmen vorher schon er ist im vergleich zu anderen jetzt zum beispiel in der ständige dabei ist dann ich manchmal schon ein bisschen unter also so schlimm wie heute war es aber noch nie ja das wurde mir auch gesorgt von meinen freunden schon im skype aber was ist es das ist ja dann in der aufnahme dann also du hast manchmal sogar was gesagt haben wir gar nicht gehört ich habe manchmal sogar was gesagt auf team team ist es schon gebannt was man will man dann noch noch zix zix na gut um was willst du noch bannenschau er hat du machst es dir einfach ich könnte auch einladen wenn ich alle bannen soll Prozent 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 Blдж 0 Prozent 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 6 Prozent Prozent voll fähig hat Stärke auch gerade und seitlich für den Maus die in der Welt ergriffen ist ja ich bin gespannt und schätzt es ist ja null Pushing Power auch auch und nämlich ist aber ich weiß immer etwas So, der Show hat sich schnell etwas zu trinken und so lange stelle ich mal die Gegner vor, zumindest die die da sind. Wir haben den Blutmond Yasuo, Mecha, Artox, Asylum, Shaco und Schockling im Set. Bei uns im Team haben wir Nassos, also ich, Riven, Project D, den Show als Lichtbogen, Varus und bei den Gegnern ist noch Viktor. Und bei uns weiß ich nichts. Ah? Da ist er wieder, der Show. Hallo, ich bin wieder da. Ja, willkommen zurück. Also wir haben noch einen Blutmond Shen, glaube ich, hast du nicht gesagt. Ich habe schon alle gesagt, außer der, einer, der nicht da ist. Bei mir sind alle da. Achso, ja, Blutmond Shen, der war bei mir noch nicht da. Wie ist der? Weiß ich doch. So, da bin ich jetzt da gespannt. Ich habe jetzt meine Meisterschaften, also meine Kernmeisterschaft, also die eine da, die passt. Aber die letzten, ich glaube, zwölf Punkte oder so, die passen leider nicht. Oder vielleicht passen sie, ich weiß nicht. Ja, also du hast auf jeden Fall Deathfire Touch und das ist ja schon mal gut. Wenn die drin sind, dann ist ja schon mal gut. Na, hoffe ich doch, dass das gut ist. Ich habe mir das jetzt ganz schnell, ganz, ganz schnell einfach durchgelesen, was gut sein könnte für AP Nasus, weil ich habe ja keine Meisterschaftsseite dafür. Und habe mir gedacht, ach, das könnte gut sein. Nimm ich mir einfach mal. Wir sind Verteidiger, ja? Ja. Ich gehe einfach mal top. So. Laning, zack. Also ich glaube, keiner ist mit Langer, oder? Wollen alle? Nein, ich habe falsch geskillt, Mist. Mist. Ich habe jetzt irgendwo ein Freund geskillt. Ich ziehe da hin. Ich glaube, der will, dass du Bot-Playing gehst. Hat er nicht gehabt. Die Riffen muss halt dann Bot. Nee, ich glaube, das ist ein Prima. Einige Dinge müssen vergraben bleiben. Ja, du kannst halt Recall noch gleich runterforten, Mann, wenn die Prima jetzt sind, dass der Prima sagt. I ping, second, top. Nee. Ist doch, wo ich passt. Nee, will ich jetzt nicht. Nee, wenn die mich so blöd anklingt, sie hätten mich ganz immer fragen können, aber sie haben nicht blöd angeklingt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay. Ja, er hat direkt jetzt gerade gesagt, jetzt bei der ASP-KMT, dann das akzeptieren. Der ist schneller, wenn du einfach Recallst und dann Bot-Tippen. Ja, mach ich halt. So. Fähigkeitsstärke. Boah, hole ich mir. Boah, Rabadon. Nein, ich brauche viel Mana. Ich hole mir den Stab des Erzengels. Ich hole mir den Stab des Erzengels. Ihr Tod wartet. Stab. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben Bord schon was. Aber jetzt sind wahrscheinlich drei Topf, weil ich erst Top war. Nein, der Wichter ist da. Der Übel steht aus sterbenden Sternen. Der Gegner wurde getötet. Doppeltötung. Werde zu Stau. Ja. So. Dann hole ich mir noch ein paar Stacks auf. Was? Ich habe den Stack nicht bekommen. Was soll der Blödsinn? Ach, komm. Nein. Nein. Hallo. Mann. Ich hole jetzt das da. Oh, cool, das habe ich jetzt schon. Geil. Den Halbricht behalte ich nicht. Dann brauche ich irgendwas. Was hat denn noch Abschiedszeitberingerung? Oh, Fluch des Lichts. Das ist, das wird so geil. Ich habe vergessen, mir die, äh, äh, Playa da zu kaufen. Zum Belagern. Schönes Blitzel. Vielleicht sollte Shurima fallen. Ach, wisst ihr, gekauft? Ja, er sich. Oh. 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 Aber ich habe mal verdorrt. Mist. Ähm. So. Mist, jetzt sind wir nicht gestört. Ja, sehr schön. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde abgefeuert. Ah. Ah. So. Ein Gegner wurde getötet. Ähm. Ah. Ah. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Erde zu Staub. Äh. Nicht gut, gar nicht gut. Gut. So. Dann gleich weiter. E ist maximiert. Und ein paar Stacks würde ich mir auch so nebenbei. Nein. Ach komm. Ich wusste, dass was wird passieren und ich hatte gehofft, dass die Abklingzeit... Ich brauche mir Abklingzeit. Verringerung. Ähm. Oh. Oh. Höllenzepter. Das wird auch geil. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbindeter wurde getötet. Ich wandle durch die Zeit, Alter. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh. Das gibt's doch nicht. Wie der immerhin kommt. Das gibt's ja blöden... Das ist schon mal, wenn ein Gegner getötet wird. Aber bei mir sind zwei Pots. Ich könnte mal wieder helfen. Oh, Schakko ist weg. Oh, Schakko ist weg. Was ist weg? Schakko ist weg. Der ist Mütze. Und das finde ich sehr schön. Richter ist irgendwie auch weg. Ich lasse gerade jetzt Richter auf. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Verbündeter wurde getötet. Das ist jetzt nicht so schön. Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit. Ich habe schon 96 Stacks. Verdichter wird übrigens gleich abgefeuert. Abgefeuert. Ein Töne zerstört. Ein Töne zerstört. So. Dann verkaufen ich das. Ah, ich hoffe, ich bin lieber dafür. Hier dafür. Und wenn ich den da verkaufe, kann ich es mir kaufen. Sehr schön. Wo bist du? Wo bist du, Schakko? Oh, oh. Da ist Schakko. Sehr schön. Aber ich werde mal wieder zurückgehen. Ich komme ja gleich. Ja, komm gleich. Wir lassen gerade den Inhibitor zu den Minions fallen. Was? Das sind drei Leute gestanden. Alle drei sind weg. Damit die Minions den Inhibitor machen können. Das war irgendwie... Natürlich. Nein, nein, nein. Ich bin next. Ich bin tot. Was? Du hast mich ganz alleine getötet? Ich brauche mehr Rüstung oder so. Ich sollte dir vielleicht Sonjas Stundenglas kaufen. Shurima ist aus einer anderen Zeit. So, ich muss schnell zurück. Ich habe nur noch 100 Leben. Ich habe auch erst wieder einen Verbindungsabbruch gewartet. Was? Nein, ich habe wieder einen Verbindungsabbruch. Nein. Ach, komme. Was ist denn heute los? Was? 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 Ich muss übernehmen. Oh, ich habe es noch geschafft. Nein. Nein, ich habe es nicht mehr geschafft. Nein. Ich wollte doch meine F drauf machen. Mann, Showt, bist du noch da? Ja. Okay, ich hatte nämlich schon wieder. Und du bist schon wieder sehr leise. Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Ich bin noch da. Okay. Gleich lewe ich wieder. Gut, auch zur Verfügung. Okay. Okay. Hier sind gestorben. Nein, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich nur Umarmung ist zu werfen habe. 13, 13 müssen wir schaffen. Oh, das ist eine Unglückszahl. Oh, auf 14 RPS, das ist der echt. Oh, mal, jetzt habe ich den Sehntausch nicht gesehen, weil ich RPS Einbußen hatte. So, Raining. mit ihm zweimal das wird zweimal und jetzt runter oder was aber an ich habe nur ein fps irgendwas dieses spiel saugt beide fps ohne scheiß so aber es ist irgendein champion oder so ist das jetzt jetzt bin ich gerade ganz oben links am eck und ich habe 30 fps so gehst du wieder mit oder soll ich mir was lieber wenn du gehen würdest weil ich kann mich so gegen den zeit der vergangenheit liegt die zukunft ja so ist bitte schild ist schon mal weg hier so teleportiert sich zurück schulie mal ist aus einer an das ich eigentlich auch machen dann habe ich mir jetzt noch mal verstärkte weltzeit gekauft ich habe die kühle vor stelle Nein! Ach komm! Ja, Minis, tötet ihn! Tötet ihn! Ja! Sehr schön! Ich ziehe da hin. Ich habe vergessen, wie irgendetwas in uns kauft. Törechte Worte können Imperien bei mich lieben. Zerkümmere! Ah! Ja, meine Kuh hat ihn sogar erwischt. Drei Stacks. Ah, bekkwette ich bin Schült? Ah, bekkwette ich bin Schült. Ah, bekkwette ich bin Schült. Ah! Mist, da ist er echt davongekommen. Oh scheiße. Man, jetzt wollte ich ihn töten und dann halte ich keinen Bader. Äh, das war echt... Naja. Dann gehen wir halt bot. Ach man, ich hab schon wieder vergessen, die Gegenstände da zu kaufen, zum Belagern. Alter, dieser Victor. Mist. Hätte nicht gestorben, aber wir haben den Kampf gewonnen. So, und jetzt wird das. Äh, und es werden auch die Belagerung ist schon mal früh gekauft. Oh, da kommt da kommt Zed auch noch. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Das passt gut. Ja, mein Turm zerstört. So, dann kaufe ich da gleich nochmal ein. Sieben Minuten haben wir nur noch. Zwischen Leben und Tod liegt die Unsterblichkeit. So. So, da kommen wir uns. Oh, 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 da kommen wir uns. Schade, 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 schade. Kann ich mir das nochmal kaufen? Das da ja, das da leider nicht. Schade. So, gleich nochmal pushen. Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber hey, wir haben den Tum zerstört. So, jetzt habe ich das. Sollte ich noch mehr auf Angriff gehen? Ja, ich hole mir noch nasses Zahn. Das ist aus sich auch geil. Und ich bräuchte ein Port Pad, das ich mir noch nicht leisten kann. Mist. Ich habe Jahrhunderte gewartet. Okay, Shaco ist Riven nicht hinterher. Ah, Mist. Ich habe es geschafft, Zett zu töten, aber Shaco war zu viel. Der war zu viel. Wie viel Abklingzeit-Fringung habe ich? 30%. Okay. Kann ich mir jetzt ein Port Pad leisten? Nein! Wir haben nur noch vier Minuten. Doch, Mann. Ich hoffe doch. So, ich hole hier gerade den Inhibitor. Ich habe gerade auf die Zweige drückt. Nein! Aber den Inhibitor habe ich geholt. Und ich kann mir das Port Pad kaufen. Und ich kann mir nasses Zahn kaufen. Sehr schön. Einen Inhibitor habe ich schon geschafft. Oh. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, wir haben einen Inhibitor zerstört. Wir haben zwei getötet, einen zurückgeschlagen. Vielleicht sollte Shurema fangen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich hole mich lieber zurück und dann mit dem Port Pad gleich wieder her. Wobei ich nicht weiß, was ich mir kaufen soll. Ich lasse es einfach. Ähm, ich kaufe hier. Keine Ahnung. Was? Getötet. Ich gehe gleich nochmal zurück. Ich hoffe, wir haben das Todesauber. Fertig. Das war zu viel. Ich habe mir in der falschen Zeit nicht ausgesucht. Aber der eine Typ ist fast hin. Aber wir haben nur noch einer in der Minuten. Was? Wann ich soll denn nicht mal aufhören, auf die Karte zu klicken? So, ich hab Schakko getötetet. Nein, er hat nicht zu viert. Haben wir gewonnen? Gut game. Oh, gewonnen. Das war aber knapp. Das war ein schönes Spiel. Ja, ich brauch ein neues Headset, glaub ich. Dann kauf dir eins. Okay, ja, war ein schönes Spiel. Wir haben knapp gewonnen. Ging schon. Wie hat's dir gefallen, Schau? Bitte? Wie hat es dir gefallen? Ach, das war ganz schön nervenaufreibend. Die ganze Zeit erst aus ihnen und dann bin ich eigentlich One-Shot. Ich war nur da, um ein paar Outdoor-Tracks von den Gegenden abzufangen, damit die nicht pushen können. Hehe, okay. Ja, im Eins gegen Eins, äh, es waren ja tatsächlich alles, bis auf Viktor, Nahkämpfer und wenn sie mir Schaden zufügen wollten, mussten sie halt mich ran und ich hab einfach die Ehe auf mich gemacht und dir so viel Schaden gemacht, dass ich jeden im Eins gegen Eins töten konnte. Und Viktor konnte ich so verlangsamen, dass er mich in ihnen auch töten konnte. Aber das Blöde war halt, die waren nie alleine. Ha, ne. Also nicht, aber gut. Und da haben sie halt nicht dauernd fertig gemacht. Das fand ich blöd. Aber egal. Aber das DAP-Nassos hat ja funktioniert, oder? Bist du zufrieden damit? Ja, dafür, dass ich ihn jetzt zum zweiten oder dritten Mal gespielt habe, ähm, es geht schon. So schwer ist er jetzt auch nicht. Ehe weggehen. Ehe weggehen. Man hätte schon viel mehr raushauen können. Also ich hätte viel mehr rausholen können, wenn ich den besser mal anschauen würde, welche Gegenstände man am besten kauft. Ja, so ein Adam ist ja auch AP-Nassos. Und stellenweise gehabt der Hund, der am meisten Schaden macht von allen. AP-Nassos, einfach nur weil du dein Ehe spramst. In Aram spiele ich gerne Support-Nassos. Sprich, ich skill meine Q, schnappe mir Targon's Panzer, beziehungsweise Gebirgspanzer oder Reliciat, und, äh, Q einfach die Minions, sie werden exekutiert und ich kriege die Stacks. Ja gut, aber das ist ja trotzdem in Aram, das ist ja kein, kein Stacking-Spiel. Nein, das nicht. Aber am Ende von dem Aram habe ich dann schon mal so 200-300 Stacks und das ist dann doch schon etwas. Nebenbei kann ich dann noch auf Tank gehen. Das heißt, ich kann mitten rein, haue den einfach mal so 500-600 Punkte Schaden mit einem normalen Angriff rauf und fertig. Das kommt halt erst ab Mid-Game oder so, aber mit AP-Nassos kannst du von Anfang an Level 3, eh, 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 eh. Schaden, 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 Schaden. Du tankst halt nichts, aber du hast Schaden. Ja, mir gefällt es halt nicht, dass ich dauernd sterbe. Mit AP-Nassos. Ja, das machst du so oder so. Nein, mit Support-Nassos oder Tank-Nassos sterbe ich nicht. Na gut, wenn wir Glück haben. Mal sehen, vielleicht habe ich ihn ja. Braum habe ich ja tatsächlich bekommen. Braum, ja, das war Braum, das war Schicksal. Das war nämlich mit Darius zusammen und ich hatte erst, wen hatte ich? Äh, Mordekaiser, glaube ich. Und ich so, ja, Mordekaiser habe ich noch nie gespielt, egal, spiele ich. Weil ich habe ihn zwar, ich habe ihn zufällig bekommen, aber ich habe ihn halt noch nie gespielt. Ich dachte mir, spiele ich, okay. Dann hat Darius, äh, die Leblanc ertauscht und meinte, ja, ob ich die haben will, dann sage ich, okay. Dann habe ich die Leblanc gehabt. Ähm. Nein. Ich hatte irgendeinen Blödsinn, dann habe ich die Würfel und da noch Mordekaiser bekommen. Dann habe ich die Leblanc mit Darius getauscht. Er meinte, der will die nicht. Dann hat er gewürfelt, hat Leona bekommen. Dann denke ich mir, ja, super, Leona. Und. Nein, nein. Ich musste nur gerade husten. Ich bin nämlich noch nicht ganz gesund, ein bisschen krank bin ich noch. Ähm. Und, äh, dann hat er noch einmal gewürfelt, weil er die Leblanc nicht wollte und hat Braum bekommen. Und dann habe ich gesagt, es ist die Braum Champion Runde, ich muss Braum spielen. Und habe gesagt, Darius, bitte gib ihn mir. Und er hat sie mir gegeben. Und dann hat er Leona gespielt, weil er dürfte ja nicht mehr würfeln. Und ich habe Braum gespielt. Und dann hatten wir richtig, wir hatten richtig heftige Teamfights. Die haben wir alle gewonnen, wir haben sich so heftig fertig gemacht. Ich meine, Leona hat sofort Stunt, ich hau rein. Und habe nach, halt, nach kurzer Zeit so ein 2-3 Sekunden Stunt. Das hat richtig gut gepfeffert. Und, und dann waren wir halt auch so tanky und war hammergeil. Ja, kannst du ja anschauen, das ist, wie gesagt, in der Aufnahme. Das ist vielleicht sogar schon draußen. Ne, warte, oder? Nein, am Mittwoch müsste es kommen. Am Mittwoch kommt es, also übermorgen. Also, für euch Zuschauer ist es natürlich schon draußen, aber für Show jetzt. Ja, ja, na gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.